Oh, wo bleibt die Nicole denn? Oh, sie ist doch sonst immer pünktlich. Hallo Mama Wutz, da bin ich. Hast du alles mitgebracht? Ja, ich habe alles mitgebracht, um für die Kinder tolle Spiele zu machen. Alles klar, dann kümmere ich mich schnell um das Essen. Ich will für Peppers Geburtstagsparty tolle Spiele vorbereiten. Damit können die kleinen Hopsa spielen. Die Gläser kommen hier drauf. Das wird dann ein Ballwurfspiel. Das ist ein Ballwurfspiel. Das ist schön, dass Sie sehen können. Ich mache noch ein Wurfspiel. Und diese Ringe müssen Sie auf die Stäbe werfen. Zu einer Geburtstagsparty gehören auch Ballons. Alles ist bereit für die Party. So, ich habe was Süßes gebracht. Das sieht ja toll aus, Nicole. Wow, das sind ja tolle Spiele. Alles Gute zum Geburtstag, Peppa. Juhu. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das war nichts. Nochmal. Juhu. Mal schauen, wie viele Gläse ich umwerfen kann. Dad? Ja. Entsp Peppa. Nein, das ist Marz. Tschüss. So, es war Lebensory.